Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die goldene Milch, auch bekannt als Kurkuma-Latte, ist ein altbewährtes Getränk, das seinen Ursprung in der ayurvedischen Medizin hat. Die Hauptzutat, Kurkuma, ist für seine entzündungshemmenden, antioxidativen und immunstärkenden Eigenschaften bekannt. Diese Wirkstoffe machen die goldene Milch zu einem wahren Wundermittel für Körper und Geist. Die goldene Milch kann bei einer Vielzahl von Beschwerden und Gesundheitsproblemen helfen. Hier sind einige der häufigsten Anwendungen. Nummer 1. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Kurkuma können bei der Linderung von Entzündungen im Körper helfen. Dies kann besonders bei Erkrankungen wie Arthritis und anderen entzündlichen Erkrankungen von Vorteil sein. Nummer 2. Die goldene Milch kann das Immunsystem stärken und die Abwehrkräfte des Körpers unterstützen. Dies kann dazu beitragen, Erkältungen, Grippe und anderen Infektionen vorzubeugen. Nummer 3. Kurkuma kann die Verdauung anregen und die Darmgesundheit unterstützen. Die goldene Milch kann daher bei Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Sodbrennen und Magenkrämpfen helfen. Nummer 4. Die goldene Milch kann beruhigend auf den Geist wirken und dabei helfen, Stress- und Angstzustände zu reduzieren. Dies macht sie zu einem beliebten Getränk zur Entspannung und zur Förderung eines gesunden Schlafs. Nummer 5. Kurkuma ist reich an Antioxidantien, die freie Radikale im Körper bekämpfen und somit vor Zellschäden schützen können. Dies kann dazu beitragen, das Risiko von altersbedingten Krankheiten und Krebs zu verringern. Die goldene Milch kann in vielen verschiedenen Varianten zubereitet werden, indem man Kurkuma mit Milch oder pflanzlicher Milch und anderen Gewürzen wie Ingwer, Zimt und schwarzen Pfeffer mischt. Durch die Zugabe von Kokosöl oder Mandelöl wird die Aufnahme des Wirkstoffs Kurkumin, der in Kurkuma enthalten ist, durch den Körper verbessert. Insgesamt ist die goldene Milch ein vielseitiges und wirkungsvolles Getränk, das eine Fülle von gesundheitlichen Vorteilen bietet. Ob als täglicher Muntermacher oder als natürliche Unterstützung bei gesundheitlichen Beschwerden, die goldene Milch kann eine wertvolle Ergänzung für einen gesunden Lebensstil sein. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei durch und durch gesund!